Ich musste ja nochmal schauen wegen ähm Sauerstoff hier, nicht mehr so viel. Ich durche mal eben noch was zu trinken. Machen sie es so. Schau, ich habe hier am Anfang einfach das Geländ hier Technikus, äh Technikus, Achsel. Ja. Fertig. So. Holzfackel, Bodenfackel. Hm. Ist die besser? Wegen Schwefel oder was? Das Ruckeln ist hier komisch bei dem Ding Strohleiter. Ja, das Haus könnte ich ja so nochmal fertig bauen. Mit, mit dem Pille habe ich ja auch schon. Holzbalken wir hier. Ja, aber nochmal so bauen und fertig. Wieder da. Bibi. Warte, ich könnte sogar wieder was lernen hier. Aber so ähm Gelände begradieren oder so kannst du nicht ne? Ich weiß nicht, ob ich die Macht habe. Ich glaube nicht. Du hast mal Gewicht hier gelernt. Und das da. Und das da ist super. So. Kann man dieses, kann man dieses Holz nicht in Stöcke umwandeln und mit der Hand einfach zerkleinern? Brennt dann der Baum grad ein bisschen oder was? Was? Hm. So Stöckchen 27. Die sind, die sind low. Also die sind wenig. Hier. Stöckchen. Stöckchen dauern ein bisschen. Ja. Achso die großen Bäumchen haben die, ne? Hier die, die Fichten. Kleiner Baum und so. Nicht schnell. Achso die Fichten. Klar, okay. Das geht echt. Stimmt. Achso mal sieben Stück. Stück. Heft, okay. Ich hab ja auch. Wie viele? Noll. Wir wollen sieben Häuser nebeneinander. Du musst damit eine Wackel alles abbringen. Ja, der ganze Stand. Wir machen das zur Tradition jetzt. Jede Nacht einmal aus. Ja, ist besser als aufräumen, ne? Mal abwackeln. Ja. Meist hab ich jetzt auch hier. Ja, ist, 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 ist nettes Spiel so bis jetzt. Ist halt, ist halt nicht so spannend wie die anderen Games die wir gezockt haben. Call of Duty nur Action. Hier gestern mit dem Call of Duty nur Action. Ist halt ein bisschen rumlaufen entspannter. Gemütlich. Kann man immer so mal wieder zocken. Das glaub ich auch nicht so was ewig zum Main geben werden könnte. Aber immer mal wieder reinschauen, ne? Und einfach mal bisschen spielen hier. Ja, ich hab irgendwie immer noch das Gefühl, dass es irgendwie Beta ist. Ich weiß nicht warum. Naja, es ist nicht alles übersetzt. Ja, genau das. Aber immerhin kannst du jetzt zocken. In der Beta kannst du nicht zocken. Kannst du wirklich. Also ich hab heute Morgen mal in den Diskussionsforen bei Steam gelesen. Da waren die Leute nicht so begeistert. Es gab wohl heute Nacht mächtige Probleme. Den Offline-Mode, den kannst du wohl auch nur mit Online-Verbindung spielen. Okay. Naja. Ist ja normal heutzutage. Ist ja eigentlich normal sowas, ne? Das wärs nicht sooo schlimm. Weil man hat... Man ist eh auch noch Internet. Finde ich. Ja, aber wenn mal nicht... Dann, äh... Das ist ja Pech. Dann geht das nicht. Dann spielt sich das andere Spiel rausgucken. Jo. Zygumatie. Okay, wie weit ich bei Art war hier. Ja, Oxid nicht vergessen, ne? Fällt mir ja gerade auf. Ah ja, hab ich keins mehr. Muss ich gleich mal gucken. Ach, das ist vielleicht schon verdorben eins hier. Dann tun wir das wegschmeißen. Dann brauche ich noch ein schönes Steinchen irgendwo finde. Dann sammle ich ein bisschen Oxid. Aber ich hab gut, äh... Mehr als die Hälfte von dem Level verloren jetzt durch den Tod. Ich hatte... Vorhin hatten wir ja noch ein ganzes Löffel verloren fast, ne? Am Anfang. So... Achso Oxid, ja. Haben wir... Nichts in der Kiste, gell? Äh... Doch, müsste noch was in der Kiste sein. Doch, da ist er noch. Ich... Farmen gerade neu. Ganz frech. Ganz frech. Ich glaube, wir sollen doch mal... Kann ich hier weiter bauen, hier. So, dann tue ich mir mal die ganzen Stöcke hier... So, ich kann das Leder auch mal reintun in die Kiste. Wir brauchen sogar noch eine Kiste, glaube ich. Oder noch ein Lagerfeuer. Dann gibt es ein größeres Lagerfeuer. Es gibt eine Feuerstelle, glaube ich, ne? Was eben gesehen zu haben. Aber ich kann noch ein Ding leeren und irgendwas kann ich noch leeren. Da brauchen wir nichts. Äh... Stock. Was ist das? Kleine Äste, die sich leicht zu einfach Werkzeuge verarbeiten lassen. Was? Achso, hier machst du Holz zu Stock. Bei dem. Was ich eben gesagt habe. Kann man lernen sogar. Level 20 halt erst. Mitte der Holzkiste. Was suchen wir eigentlich? Was habe ich gerade gesagt? Warum bin ich überhaupt da hingegangen? Wo ist das Feuer? Wolltest du, oder? Stimmt. Feuer. Feuerstelle, genau. 100 Steirat. Ich lerne das mal. Feuerstelle, gucke ich mal. Kann man ja mal gucken, was das ist, wie das ausschaut. Oh, wir haben gar keinen Stein. Okay, ich dachte, wir haben Steine. Ich dachte, wir haben Steine. So. Kann ich gleich mitbringen. Ich box mir hier ein paar Steinchen hin. Ach, das ist der Lizium. Okay, wir haben ja die Lizium. Ich habe einmal das auf Ausdauer gescaled vorhin, mache ich gleich noch mal, weil das ist halt schon wichtig, ich werde schon viel abbauen noch, so finde ich zumindest. Ich habe zweimal in Tragkraft. Da habe ich dreimal schon. Mehr Inventar geht nicht, gell? Habe ich noch nicht gesehen, aber auch nicht nachgeguckt. Ermüdigte Verarbeitung von Holz zu stecken, das ist hier ein Talent bei Ressourcen. Und was ist denn das, was ich eben im Technenbaum gesehen habe? Ist das nicht das gleiche gewesen? Hier. Entwurf, Stock, benötige Elemente, Holz. Kleine Äste, die sich so einfach zu Werkzeug verarbeiten lassen. Und schon auch sowas, weiß nicht. Also man muss sich immer weiter ausleveln, damit man im nächsten Level dann überhaupt überlebt. Immer stärker werden. Naja. Ich sag's gar nicht, ob diesen Steinquirl abhacken soll, ist am Ende dort ja ewig. Ja, denke ich mir auch, Axel, aber es ist halt so viel, was du da brauchst am Anfang. Du brauchst mehr Ausdauer, du brauchst mehr Ding. Ich hatte mich eigentlich auch für die Jagd entschieden, weil ich jage gerne, aber... Ähm... Hier, dass du mehr Gewicht hast. Dass du mehr Gewicht hast, dass du beim Abbau ein bisschen mehr Steine hast, brauchst du ja auch. Am Anfang tust du ja total viel Farmen. Steine, mehr Holz. Ich hab jetzt hier mehr Fleisch. Aber ich krieg trotzdem nur ein Fleisch. Also, das hier ist halt schon tendenziell wichtig. Hier die ersten Punkte sogar. Mehr Gewicht. Mehr Ressourcen beim Farmen. Nahrung, Inventar, Verdipp langsamer. Angebautes... Angebautes weg, schnell, wir können sogar Sachen anbauen. Boah, geil, ich freu mich dann auf die, auf die, auf die, auf das, den Rechen. Vielleicht gibt's noch sowas. Wie komm ich hier rüber? Geht gar nicht. Deswegen ist das, glaub ich, so gemacht hier. Ich weiß doch nicht, ob ich jetzt immer mehr Technik bespielen werde. Mal wieder, schätze ich mal. Weil du Bock hast. Ja, wenn Zeit ist, gern. Dann hab ich halt auch so ne Art Richt, äh, Ding, wer. Dann, dann kann ich hier das zocken, wenn du Zeit hast. Dann zock ich hier andere Sachen. Ach, nein, ist der Ding aber jetzt gut hier, der Wolf. Ja, wenn du gut triffst. Ja, ich hoffe doch mal immer wieder meinen Gast, äh, hier begrüßen zu dürfen, bei dem Spiel. Ich mach halt so ein bisschen, erst mal auf Ressourcen und auf, äh, auf Jagd und dann schau ich halt dann. Ich brauch von allen ein bisschen was erstmal. Ja, aber hier kann doch jetzt, äh, jeder joinen, oder? Ja, jeder der Freund ist klar. Genau, damals ja, heutzutage können sie in vielen Fällen alles besser als die anderen. Krass, ich, mit einem Stein mach ich mich schon voll, ja. Geil. Okay. Mh, Herstellung. Vorherstelle. Rechte Maustaste. Ne, nur Herstellung so. 114 auf 100. Oh, ich glaub wir brauchen größere Kisten. Hab ich, glaub ich, wollte ich als nächstes dann. Ja, als nächstes mein ich das dann. Ah, hier ist noch einer. Die, 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 die ist ja leer. Warte mal. Ja. Ja, da können wir, ich sag mal. Ich mach mal so eine Feuerstelle ins Haus. Haha. Ich glaub, die Feuerstelle kann man sogar abbauen. Aber nicht, ist auch nicht so schlimm. Acht. Ich weiß noch, ob ich die Secken in die Kiste bauen soll. Das ist gefährlich. Ich brauch die dann einfach hier neben die andere, oder so. Ich hab keine Ahnung. Das war alles so eng, dass das andere Zeug... Kann man das die nicht wegnehmen? Ja, die können die andere doch abbauen, oder? Ich mach mal den Kram da raus. Ja, mach mal. Deaktivieren. Erstmal fressen die Feuerstelle. Ja, ich wollte das Mais. Ah, dieses Ding war aber auch für den Arsch. Dieses komische Oxidteil da. Nimm das mal auf. Stört die auch. Perfekt. Wir wollen's eh ins Haus dann rein, ne? Das Feuerstelle für das später. Ja. Die kann man auch aufnehmen, von daher ist eh egal. Oh, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Sehr geil. Schön. Die Fressalien da wieder rein. Weil man im Haus halt dann nicht den Sauerstoff verbraucht, oder nimmt man automatisch das Ding raus. Was hält denn am längsten hier? Kohlerz. Haben wir gar nicht, oder? Holzkohle hab ich. Ja, gleich. Holzkohle hab ich. Holzkohle hab ich. Wollt's mir machen. Kohlerz. Nee, nee. Der Erz hält am längsten. Was das Ding angeht. Wo wir dann nicht mehr nachlegen müssen. Das meine ich. Okay. Passt. Schön. Wir müssen, wir müssen uns in den Schlauch legen hier. Also in Zugang zu dem See. Wir hätten gleich ein Haus im See bauen müssen. Und da hätten wir einen Briefkasten. Vergangenen Briefkasten sind da. Daneben. Gibt bestimmt irgendwelche Flächen zum Offen, aber die paar Meter können wir auch laufen. So. So, das Haus. Bauen wir das wieder da hin. Das coole ist, dass auch alle auf der Kiste oder Feuer zugreifen können. Ähm. Das war in A. Nee, das in A geht das auch gleichzeitig. Im anderen Spiel ging's aber nicht. Ich weiß aber nicht wo. Boah, ist die groß. Hey, grill das mehrere Sachen. Leidst du dich? Nee, ist nur nur eins. Äh, aktiv. Das sieht aber so heftig aus hier. Wenn ich die Waldbeeren dahin tue, bringst du nichts, oder? Versuch mal. Hab ich gerade eben auch überlegt. Bist du sicher, Axel? Ich weiß nicht. Äh, ich hab auch noch Oxid in die Kiste gelegt. In eine der Kisten. Ich denke auch, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist. Oder war das noch? Oder war das noch? Ich glaube, mit Kills läuft man am besten, ne? Ja toll, jetzt haben wir kein Haus. Wer das Haus schon längst wieder bauen kann. Ja. Nur überlege ich halt, machen wir das gleiche auch nochmal so? Ja, war noch okay. Ja? Bis auch, dass es dann irgendwann geläuchert hat. Ja, vielleicht aus Stein. Wir tun das heiß nach Hause und einfach irgendwann eins zu eins ersetzen. Durch andere Materialien. Denk ich mir. Genau wie eine Arkhal, ne? Mit dem Killen und so. Ja, ja. So, aber nicht so schlimm. Wie kann man das hier abbauen? Das Ding gar nicht, oder? Was? Was vielleicht ein bisschen... Gibt's nicht irgendwo... Es ist so schief hier. Gibt's nicht einen geraderen Platz? Ist aber alles schief hier, gell? Hier ist es gerade vielleicht hier hinten. Ist trotzdem noch schief. Wie kommt man denn direkt zum... zum Technik-Ding her? Zum Herstellen. Ich will nicht jedes Mal über I gehen. Muss doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Das ist... Das ist eine gewisse Statik hier, Gamma. Da habe ich mir wirklich Mühe gegeben für. Dass ich Stein genauso gehackt habe. Das geht gleich. Ich brauche noch ein bisschen. Das geht vielleicht nicht. Fahnsinn. So. Mhm. Aber bei ARC habe ich fürs Herstellen schon viel bekommen, gell? Hier geht's einigermaßen. Hier geht's einigermaßen. Ja. Ja. Das ist okay. Genau. Also ich finde es ja jetzt schon nach ein paar Minuten habe ich das auch so eh nicht gesehen. Das ist okay. Okay. So. Ich dachte mir hier hinten ist etwas gerade. Ich weiß nicht genau. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Ja. Immer mal wieder. So. Wenn ich jetzt hier... Hm. Ach so die Sachen gehen kaputt. Nicht, dass die Kisten beide kaputt gehen hier. Keine Repertur. Hier. Das ist aber schon zu steil hier. Oh ja. Ich kann ja mal kurz gegenreparieren. Ich habe meine Reperturhammer. In der Tasche. Okay. Das... Wie viel haben sie denn noch da? Oh. Die sind bald kaputt. Ja. Da ist mal acht. Zehn. Die gehen jetzt... Werden jetzt kaputt gegangen. Aus... Oh. Verbraucht. Ja. Okay. Die werden kaputt gegangen. Krass. Wir könnten aber noch eine gebrauchen. Noch eine Kiste noch. Ach so. Ich wollte gleich bloß verbauen. Da habe ich noch eine kleine Bauernherstellung. Ähm. Kiste. Ich brauche... Ach so. Für das brauche ich direkt Holz. Alles klar. Warte. Aber du willst noch eine Kriste haben oder was? Die... Die ist doch leer. Die eigentlich. Ich dachte wir tun gleich ins Haus einziehen. Machen wir das gleich im Haus. Machen wir es im Haus. Hast du... Aus diesem... Ähm. Ach so. Das ist kein Ding mehr. Holz brauchen wir für den Scheiß. Ich habe dabei... Warte. Wie? Nee doch. Holz ist doch da. Muss nur aktiviert werden. Ach das ist vorher... was er gesagt hat. Ja richtig. Baupilassen hast alles gerade. Wollte ich schon gerade machen jetzt. Schon gescheit jetzt. Also... Zweites Haus wird besser brennen als das erste. Hm? Werden wir das sehen. Das kann ich auch nicht bauen. Nur mal baue ich nur. Weil das ist nicht so was. Irgendwie... So. Einer muss bauen. Einer muss abfackeln. Das ist geteilte Arbeit. Obwohl... Es ja nicht fest steht wer es gerade eben war ne? Ja. Bin mir auch nicht sicher. Ich hatte ja meine Fackel glaube ich nicht draußen oder? Hab ich nicht gebaut? Genau. Also ich hatte meine Fackel draußen. Ach... Hmmmm... Ok, 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 ok. Äh... Von Anfang an pillars oder nur ab dem zweiten. Damit es gleich ist. Nur ab dem zweiten oder? ja das haus ist ja sowieso gerade aber dass das ding hier ja das haus schwebt ja trotzdem das haus schwebt ja trotzdem das haus ist sowieso gerade ich glaube ich sterbe ja ich bin tot ich kann dich holen da ist aber ein wolf vorher war es vorher war es ja auch gerade hatte ich hole ich will meine bogen reparieren du bist du bist wo guck mal auf die karte wo bin ich denn gedreht wo bin ich denn überhaupt verstehe das gar nicht ja jetzt da hoch genau da hoch richtig ist der wolf hoch ne 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 ich glaube 14 oder so war der ach so nach links jetzt bist du von dem wolf gestorben oder von was bist du verlegt da ist wolf sieben ist der der wolf sieben kann auch sein dass er sieben war weiß das glaube ich noch einer oder one shot also ich kümmere mich erst um den wolf dann komme ich zu dir prioritäten setzen und so nicht dass du äh ne und zwar wechselst und mich heute ist ich wollte gerade sagen ich kann dich jetzt heute oder was wo bist du denn ach da liegste da ist so ein zeichen oder nicht was denn das ja da müsste es was bin ich grüß dich ah dankeschön gleich meine reinbox nummer wieder überleben ja kriegst du da punkte für ich weiß nicht vielleicht mal gucken so pass auf dich auf ne aber das haus war vorher doch auch gerade weil es so geschwebt ist man kann jetzt halt durchs haus aber ich glaube wir brauchen piller damit es hält sieht ja noch besser aus glaube ich einfach mal eine piller reinrahmen ja ist ja ok kleiner raumtrenner stimmt dann können wir auch biller nach oben gehen von euch stimmt stimmt wir können ja wir können ja nach oben gehen mit dem piller ja das sieht doch gut aus also ich habe jetzt vier mal vier mache ich jetzt ne bisschen größer 2,3,4 da muss ich nur schauen welche richtung also wenn du ein fundament brauchst und das nicht mehr grün dann ist es instabil es war doch jetzt alles grün oder ich würde trotzdem die piller sind klatschen hier unten also ich dachte ich dachte wenn es wenn es nicht grün ist kann man sowieso nicht hinbauen das war meine meine logik ja jetzt haben wir da bisschen bisschen ding doch schön aus mit den pillars darunter ich komme glaube ich sogar noch paar mehr ich wollte nur mal das grundding erstmal bauen wenn du mal eben afg bei ihm ist bad okay jo so jo 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 Nur noch Fasern hier besorgen. Ein Stein weg, Fasern hin, ok, so dann 16 Wände brauchen wir dann noch und dann noch mal 16 Böden. Ok, da brauchen wir noch so Rampen hier. Warte mal, wenn ich jetzt hier, Fenster, ich brauche, ich brauche, ich brauche Ungerade, ich brauche 5. Dann würde ich hier machen, Tür, links rechts Fenster und dann eine Wand. Symmetrischer gleich, wisst ihr was ich meine? Dann brauche ich 5, mit, mit der Tür, an die Tür, neben die Tür oder an den Leerraum und dann an die Seite ein Fenster. Also brauche ich 5, damit ich die Mitte gleich habe, verdammt. Ich wollte doch sowas gar nicht anfangen, ich bin doch kein Typ hier, der irgendwas hier baut. Aber wenn ich dann, also ich werde verrückt hier, ich muss das hier gescheit machen. Verdammt, wir haben noch ein paar Böden hier. Ich brauche hier noch mal, ich brauche hier noch mal 4. Nö, das passt ja dann eigentlich. Wie kommt man denn zum Herstellen direkt hier? Verdammt. 4. Ok. Wieso werden noch 100 gezählt? 4. Das ist weirdo. 8. So. Ok, jetzt wollen wir nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Das ist doch verrückt hier. Wird immer größer der Scheiß hier. Nachher brennt es wieder ab hier. Krass. Fasern schon wieder. Alter. Muss mich ja beeilen, wird ja bald wieder dunkel. Muss mich ja beeilen hier. Verdammt. Oh, wieder da. Was ist los bei mir hier? Was denn? Oxygen, Food, Durst, von allem. Ich habe jetzt doch ein bisschen größer gemacht als gedacht. Also ich meine, was soll ich machen? Ich bin gefangen. Der ist doch in Ordnung, ist doch gut. Ich wollte sie mittisch machen. Wirst du gleich sehen. Da kommt ein Wolf. Zu mir? Ja, unten am Haus. Level 20. Sehen. Kopfschussklicker. Kannst du ihn? Ist unter mir. Kannst du ihn schießen? Ich halte ihn mal hier. Ja. Ok, nice, nice, nice. Er beißt mich auch nicht. Oh, jetzt kommt er. Ne, ne, ne. Jawoll. Travelled 10 Kilometer total in Caves. Bin ich im Cave hier oder was? Bin im Haus drin. Bin zwingend mit dem Haus gelaufen, ja. Du verlierst da und gesundheit sehe ich bei mir. Ja, ich muss trinken. Ich muss auch gleich alles. Stimmt. Trinken, essen. Oxygen. Das esse ich hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ne, aus den Beeren passiert nichts. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hast du gesagt? Ja. Pillars, Pillars sind auf dem Weg. Welches denn? Das hier am Erd durch das hier am Rand. Was denn sonst? Das hört sich nicht so gut an. Ja, weißt du was mit der Holzkohle ist? Die ist eigentlich Schrott, oder? Kann man damit noch irgendwas machen. Munition hat man im Ark gebaut. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Was sind wir drin? Einfach drin das kleine E-Platz. Ich brauche Wasser und Oxid habe ich keine mehr. Verdammt. Vor lauter Bohren achte ich gar nicht drauf, was ich da schiebe. Hast du noch Oxid gefahren zufälligerweise? Ja, ist in der Kiste. Ok, krass. Ist ab Rang 3 wichtig, ok. Ja, cool. Ah, super. Dann heben wir sie auf. Denke ich mir, war bis jetzt immer noch so ein Spiel, dass Holzkohle schon wichtig ist. Eigentlich für mehrere Sachen. Ok. So. Pillar bräuchte ich ja noch ein paar hier. Herstellung. Pillar. Mach mal einfach, mach mal einfach so und dann passt das schon. Also die Tiere sind ja echt noch verdammt schnell, wenn die einen gesehen haben. Ja. Da kommst du nicht hinterher. Ist das schon am Boden? Schön. So, jetzt müsste das Haus aber wieder stabil sein. Wir bauen noch mehr Pillar hin, aber was brauche ich schon wieder? Ja, alles braucht hier. Katastrophe. Fasern habe ich ja noch. Fasern habe ich noch gesehen. Fasern. Leder. So. Wände habe ich eigentlich. Ich kann eigentlich schon Wände hin klatschen, oder? Habe ich schon Wände hin? Wände. Machen wir erstmal das. Also das soll nach außen sein. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Zweimal. Okay. Eigentlich wollte ich die Wand als Ding da machen, aber egal. Machen wir was anders dann. So. Dann mache ich. Das hier. Türrahmen. Einmal. Was treibst du denn? Alter. Ja, ich... Essen besorgen. Ein Wolf hat mich wieder. Fensterrahmen. Doppelfen... Doppelfenster? Oh Gott, sag mir doch sowas nicht, dass es sowas gibt. Ich hasse das Spiel. Bist du tot? Ja. Ja. Also bewusstlos. Ich... Ich komme. Ich tue noch schnell diese Dinger hier abladen. Richtung See. Warte. Strohwand. Zwei Stück. Genau. Zwei Stück. Irgendwann herstellen. Dann habe ich das fertig. Äh... Fenster. Das? Das. Das. Okay. Das muss aber erstmal Level 50 Wolf gewesen sein. Äh... Stroh... Was ist der? Fensterraum. Einmal. Zweimal. So. Ich hoffe, das geht nicht gut, wenn ich weg bin. Zack. Okay. Bin auf dem Weg. 85 Ding. Okay. Wo geht's lang? Genau. Richte geradeaus. Rechts? Rechter? Ja. Rechts am See vorbei oder was? Nee. Ja. Rechts am See vorbei. Mhm. Habe ich alles noch? Habe ich noch? Bin mutig. Nein, nein, nein Gamma. I kill you. Wie geht das? Äh... Rechts am... Soll ich schon gebückt gehen oder was? Ist das noch weit? Nee. Guck mal, ein bisschen weiter rechts. Fühlt, würde ich sagen, noch ein Stück weiter, aber da irgendwo. Feinig. Könnte auch noch weiter sein. Ich weiß es nicht. Oh, Karte. Ja. Ja, noch weiter. Also, aber nach oben so gedreht, oder? Warte. Nee, nee, nee. So, da lang. Hier bist du Technikus. Da. So. Hier. So, da rein. Oder nicht? Ja, ich... Äh... Oder sehe ich das falsch? Nee, könnte schon hinkommen. Ja, irgendwo. Ich kann das nicht näher ran zoomen. Normalerweise sehe ich so ein... Da. Da bist du. Ich seh dich. Aber der Wolf ist nicht in der Nähe. Ich glaub, der war... 13 oder so, der Wolf. Ich seh ihn jetzt nicht. Das ist ein Hirsch. Danke. Bitteschön. Das hast du abgehakt. Dann kam er. Da hat uns was gesehen. Da ist was. Da ist was. Hase. Ja, der war es aber nicht. Ja, wer weiß. Bei dir kann man ja wissen. Hase Level... Level 9. Hase Level 9. Rammel dich und du bist tot. Was? Das ist nicht ran da gewesen. Mit dir macht man ja einiges mit, sag ich dir. Achso, das ist direkt hier vom Hause, okay. Da soll ja keine Langeweile aufkommen, ne? Nö. So. Ach, der schaut... Wow, der schaut krass aus von außen. Ach du Scheiße. Schaut denn das aus hier? Ja, ne? Das... Das ist ja mächtig. Das Lustschloss. Ja, das Richtige für uns. Ich mach aber da jetzt ne Treppe hin. Ich möchte ne Strohtreppe lernen. Also, es passt alles zu meinem Kopf hier. Weißt du? Strohkoppes. Ist denn jetzt die... Strohfenster? Ne, die ist extra. Die ist doch extra hier. Ich musste hier extra ne Strohtreppe lernen. Muss ich dann trotzdem ne Rampe bauen? Ist dann die Rampe einfach nur erweitert oder was? Es gibt hier eine Strohtreppe und bei der Rampe gibt es... Äh... Bei der... Beim Dach ist die Rampe mit drin. Achso. Okay, habe ich einfach das erweitert oder was? Dach. 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 Spitze. Treppe. Doch, Treppe. Okay. Ähm... Ja, so ist richtig. So ist richtig. Ah... Ja. Nee, oder? Geht das? Mit dem Pillar hätte ich es vielleicht hinklatschen können, oder? Direkt. Scheiße, Mann. Pillar. Zack. Zack. Nee, jetzt ist es wieder dunkel. Aber du bleibst im Haus fern, ne? Dicke, dicke Wolken. Ich mach mal die Fackel an. Scheiße, das geht so nicht. Wo soll die Rampe denn hin? Alter, dein Maul. Schön mit Anlauf da oben reinspringen. Mit dem Rocket Jump. Geh du sterben beim Wolf. Ich meine, geh zu deinem Hasen. Oh, Mann. Ich will das hier andocken irgendwie, aber das geht hier nicht. Ich will das hier so... So? Kann ich dann die... Ach, hier ging es. Moment, es ging... Es ging... Es ging... Es ging... Oh, stopp. Hä, war das richtig? Nee. Aber ich wollte in Treppe, keine Rampe. Hä? Wart mal, das ist doch keine. Oh, Scheiße. Wo hast du das Falsche gebaut? Krieg ich Ressourcen wieder? Natürlich krieg ich keine Ressourcen wieder. Jetzt bin ich natürlich... Danke. Oh, Scheiße. Vielen Dank.